In der heutigen globalen Bildungslandschaft sind offene Bildungsressourcen ein mächtiges Werkzeug, besonders für europäische und internationale Projekte. Aber welche Wettbewerbsvorteile bringen offene Bildungsressourcen mit sich? Erstens globaler Zugriff. Offene Bildungsressourcen können von jedem überall und jederzeit zugegriffen und urheberrechtskonform verwendet werden, was ihre Reichweite erheblich erweitert. Zweitens Kosteneffizienz. Durch die freie Verfügbarkeit von offenen Bildungsressourcen können Lernende und Lehrende Kosten für Lehrmaterialien einsparen. Drittens Kollaboration. Offene Bildungsressourcen fördern die Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen aus verschiedenen Ländern und Kulturen. Es ist allen klar, unter welchen Bedingungen die gemeinsam erstellten Materialien weiter genutzt werden können. Viertens Aktualität und Anpassung. Offene Bildungsressourcen können leicht aktualisiert und angepasst werden, auch nach der Projektlaufzeit. Und sie können auch besser an besondere Bedürfnisse angepasst werden. Und Inklusion ist wichtig. Alle Aspekte sorgen dafür, dass offene Bildungsressourcen stärker verbreitet und genutzt werden als herkömmliche Materialien. Diese Vorteile können sie auch in ihren Projektanträgen beschreiben. Für Fördergeber ist es wichtig, dass ihre Unterstützung Wirkung zeigt. Natürlich gibt es dabei auch Herausforderungen. Wir haben ein paar Empfehlungen für sie. Erstens, oft benötigen Projektpartner eine Einführung in offene Bildungsressourcen. Zweitens, am besten sollte schon im gemeinsamen Antrag eine spezifische Lizenz gewählt werden. Wir empfehlen hier die Lizenz CCBY 4.0 International. Diese Lizenz hat den Vorteil, dass alle, die offene Bildungsressourcen verwenden, ihr Projekt nennen müssen. Drittens, gerade bei der Verwendung von Illustrationen oder Einbindung von professionellen Designfachleuten ist es wichtig, dass alle der offenen Lizenz zustimmen. Viertens, wenn sie an ihrer Einrichtung spezifische Services für offene Bildungsressourcen haben, zum Beispiel eine Strategie, Ansprechpartner oder Repositorien, sollte das auch in einem Antrag erwähnt werden. Und schließlich, offene Bildungsressourcen sind auch nachhaltig und passen gut zu allen Vorhaben der Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017